... Musik ... ... Musik ... So. Mo-moin! Let's go! Wir haben letztes Mal den Lakebed-Tempel komplett gemacht. Das hat sehr lange gedauert. Nicht mehr wirklich Gewöhnung drin und Progression via Randomizer ist auch eine Sache für sich. Ja, ich habe dann soweit hier alles vorbereitet, was ich vorbereiten konnte und wollte. Kein weiteres Geld gefarmt, das wird schon noch reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wir haben jetzt die Kanone freigeschaltet, weil wir alle Sky-Characere haben. Das heißt, wir könnten zum Sky-Tempel nach oben. Da fühle ich jetzt aber noch nicht hin, weil... Spoiler! Sehr viel Greifhaken und halt Doppelhaken, also sehr viel runterfallen. Deswegen mache ich jetzt erstmal Laternen-Check. Das war wunderbar ausgerüstet. Laternen-Checks. Wir haben die Lantern-Cave, da gibt es noch zwei Stück. Ich muss jetzt mal schauen, wo es die... Let's go! ... ... ... Was ist das? Oh. 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 Ah da. Jetzt muss ich nochmal Öl nachholen. Das wird schon ich habe vertrauen Schau ich ja nicht wenn man das beim Schneiden einfach so direkt auffüllen kann. nein, 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 nicht scheinbar nicht aber es wird schon reichen, nur falls muss ich dann irgendwie einen roten Trank auch geben, das ist okay so, er, zu schnell Ah, Kürbis! Okay. Scheinbar, aber macht das noch nichts weiter. In der Villa, das ist komisch. Hm, die sind wir jetzt schon an. Na gut. Äh, das war nicht plötzlich. Oh, stimmt. Langziehen habe ich ja jetzt als Möglichkeit oder jetzt als Skill. Da war ja was. Ich bin jetzt alles gerade nicht mehr so gewohnt, muss ich sagen. Ich sehe übrigens nichts. Au. Vielen Dank. Nice. Ich habe das Gefühl, ich musste die auf dem Weg gar nicht aktivieren. Habe ich zumindest gerade das Gefühl. Hervorragend, Upsa. Ja, hat sich hier lohnt. Gut. Dann können wir jetzt mit den ganzen Checks anfangen. Es war noch die Frage, ob ich dann im Waldlippe vorher reingekloppte oder nicht. Mal schauen. Ich kann ja scheinbar immer noch nicht an andere Checks ran, was mich ein bisschen sehr erstaunt, wenn ich ehrlich sagen darf. So. Wir haben die Frage schon gemacht. Ervorragend. So, dann gibt es drei Trugen. Ach, drei sind ja schon zwei. Jetzt wurde es auch erst dann. Sobald man, äh, sobald man sich damit draußen hat. Anders geht es nicht. Oh, ist der Track laut, ey. Gott ist der laute. Holy shit. Jetzt gibt es noch eine Grotto. Frage ist, wo? Paul-Own Range. Oh! Oh! Kann der unter einem Felsen sein oder als Wolf? Was? Waa! Nishia? Ah! Wusste ich gar nicht. Aber ja, die ganzen Mini-Tons sind ja auch normalerweise scheißig. Voller Heilo! Let's go! R2J! Nice! So viel Zerstörung! Hehehe! Hoi! Oh noch! Oh! Hat's vergessen! Ah da! Oh! 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 So, dann auf zum Wald. Jetzt gehen wir von hier. Jetzt ist ein Stück drin. Muss ich mal schauen. Ich kann es den Ding aus und dake mal. Das war's für uns. Oh, ist immer Mist. Mist, aber. Ich weiß immer, wo hier die drei Truhen sind, äh. Ah, zumindest das Rohr. Zumindest ein Check, macht die auf. Nein, jetzt kann ich angeln, wenn ich will. Nein, so kann ich nicht mehr... Oh mein Gott. Habe ich noch zwei Stück da drin, jetzt wüsste ich mir einen Checker angezeigt, weil... Keine Ahnung, ich kann manchmal drinnen einfach nicht einzeln wegmachen. Aber so viel empfindbaren iTunes gibt es halt nicht mehr, also halt die ganzen Seelen und Käfer natürlich. Zwei Bombex, auch Stimmflasche habe ich inzwischen. Dann versuchen wir ja noch eine andere Tour zu finden und dann möchte ich auch filmen. Oh, und gut ist das nicht wahr. So, aber ich glaube, wir können hier dann gleich, also hier dann gleich kaufen. Wir müssen jetzt aber so den ganzen Weg wieder laufen. Lauf, Link. Ich meine, Alk, Entschuldigung. Die Namen sind so ähnlich. Ah nee, der Shop ist auf der anderen Seite, ne? Und dann geht's zum Beispiel. Das ist ein bisschen halt nicht. Das ist ein bisschen, wenn ich das nicht. Das ist ein bisschen schnapp. Wie ist das? Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und das ist ein bisschen. 20 Der muss nicht so genervt gucken Es ist terry als vogel jetzt verstehe ich den erst Jetzt verstehe ich den erst wow das war ja mal wieder Heldenhaft aller exo Uff Gut zwei Tronen muss ich noch finden Also ich hab ne sofortige Auffüllquelle Und sowas mögen wir doch Tage 2 Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Also na Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Oh mein Gott Well Oh nochmal wow meine Damen und Herren meine Herren und Damen Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich weiß gar nicht ob ich das in Zeitgeist war oder nicht Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Er versucht hier ein ehrliches Geschäft aufzuziehen Das kann man nur respektieren So und ich gucke hier erstmal noch einer verdammten Karte Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Es wird doch irgendwo Irgendwer eine verdammte Map dafür haben Oh mein Gott 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 Ich habe keine Ahnung Oh mein Gott 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 ich sehe aber es müssen drei sein warum ist hier nicht wo ist es dein ernst cool was du hast du nicht die für die frau wow wie hilfreich danke 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 das ist eine karte markierungen da ist eine markierte karte ich liebe dich wie auch immer du bist so von da oben direkt vor der cave und dann so hier zu der mitte quasi au ist hier im rubble quasi aha so tonnummer 2 nichts ist hier im rubble ähm Ah, danke, was ein Quatsch, ey, so, danke für diese Map, oh man, da konnte mir das natürlich nicht aushelfen. So, ohne Pause, ey, da. Und dann macht ja nur noch das Master-Schwert, äh, die, den Tempo ist sowieso offen. Den Tempo of Time. Und nicht die... Also, was schon Sinn ergibt, weil, warum sollten das die Sky-Charaktere tun? Weil, stimmt, Capita kriegen wir von da draußen, warum sollte jetzt irgendwas mit damit zu tun? Oh... Oh... Und dann ist das noch ein bisschen, was zählen. Wie ein Steinwand? Der andere würde mir nicht einfach fallen. Wieso spielt das jetzt die Musik ab? Das bereitet mir Sorge. Okay, dann nehme ich an, wofür Glitch ist. Das kann ich mir dann nicht wirklich erklären. Okay. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ah, du. Höchst vermutlich. Nice. Was davon werden wir die Menge noch finden? Nee. So. Hier gibt's noch viele Leute im Schist. Bei der Gurg. Na, dann schauen wir mal. Dann würde ich ja jetzt schon eigentlich vermuten in der Höhle. Ah ja, stimmt. Da war dann da die Höhle. Hm, na. Ah. 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 Und jetzt mal so. sich und ich gehen jede falsche zuerst rein aber auch schon seit mehreren stunden nicht mehr hier von daher die andere sache speziell ist jede falsche abbegangen so Das war's für heute. Oh, das ist ein 3.4. Hey, passende Musik. Wie lange ist das her? Also, nicht ganz, aber... Doch, ich glaube, es ist genau der richtige Track. Gerade... Moment. Ah, Tatsache, der... der spezifische Haken von dem Prinz ist relevant. So, wir haben... in der Grotto und in der Stock Cave. Okay. Dann schauen wir mal. Oh, das ist bei... mit dem Klaus-Shot. Verstehe. So, und hier irgendwo, wo die Grotte auch immer war. Na, wo bist du? Meine Güte, die haben wir auf dem Stock hier. Ah, da. Oder? Nein. Wo sollte es sein? Da ist der Tümpel, da ist der Tümpel. Über dem Tümpel hier leicht. Also, eigentlich hier so. Ich sehe es aber nicht. Ach, tja. Ich bin mir ganz so ein Scheiß hier suchen, ey. Das konnte auch nicht spezifischer markiert sein, ey. Oh, das ist ein Scheiß. Bulblin-Typen, ey. Ah, da. Ey. Schwere Geburt. Au, das war die Höhle. Gar nicht gern gefährlich. Ich wollte nur die Laterne wegschicken. Geld. Sooo Let's go Hübsch 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 Lantern Chest Keine Ahnung wo das sein soll Ich weiß nicht Aber Chest Lantern Chest Lower Chest Muss ja immer dazwischen sein Hübsch 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 Ah ja, ich hab das so gehört. Ich hab das aber auch schon. Oh Gott! Oh, das ist schon so cool. Ich schaue mich, ob das für ein Relevanz ist oder nicht. Hm. Ah, ok. Weiß ich nicht, ob ich den ganzen Weg von oben sparen können. Ich sehe, ob ich gleich so unter dem Gang wäre. Wobei, geht das immer halt? Also mit Bumma und Longjango auf jeden Fall, aber ja. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. So. 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 Domain haben wir. Ah, klar. Fishing Hole Bottle. Das ist jetzt ja auch randomized. So. 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 Ich habe das Gefühl, es wird sehr viel in Dungeon-Dipping enden. Ich weiß nicht, dass wir das bisher schon hatten, aber eh. Oh Gott. Okay. Nice. Okay. Okay. So. Jetzt geradezu komme ich dann an, so wie es aussieht. Das ist nicht der Wasserweg. Ich will über Land. Okay. Oh, das war weiter oben, oder? Ich kann einfach von hier, das geht auch. Oh, what? Oh, als Körpermannschaft mache ich die Rolle. Das ist natürlich praktisch. So, hier müsste ich jetzt entsprechend rauskommen. Skulltula Grotto-Chest. Ich weiß, welche Rolle das ist. Und ich war auch schon mal drinnen. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist das richtig? Ja, das ist immer am Schluss. Ich weiß nicht, was ist das? Ähm. Oh Gott, das ist irgendwo eine Grotto sein. Ähm. Ja. Ja. Ja, das ist jetzt eine, äh, immensiode Frage, wo hier jetzt eine Grotto ist. Wo weit da oben sollen die sein? Die Eiskäfer hat das direkt geradezu. Das ist die Eiskäfer. Ne, muss weiter unten sein. Die Frage ist, wo? Oh, da war gerade was. Das sind nur kleine Löcher. Nichts nur noch einen Blatt-Klecher. Das sind nur kleine Löcher. Ja, das ist nicht nur kleine Löcher. Das ist ja auch. Das ist auch hier. Okay, als ich jetzt wäre die Löcher mitgegangen. Das ist auch hier. Das ist ja auch hier. Das ist ja auch hier. Oh, das ist ja auch hier. Die Markierungsseite ist auch nicht sehr hilfreich wieder mal. Jetzt sind wir Löscher. Ah, ich habe hier. Nein. Das sah nur gut aus. Der felsen eventuell. Jetzt sind wir aber auch noch einen Ticken zu aktiv hier, ey. Ich habe keine Ahnung. Hier? Nein. Oh, da beim Gras eventuell. Ich glaube, da beim Gras. Aha. Alles klar. Ich glaube, das war die ehkappte Höhle, oder? Ja. Oh, das ist die Höhle. Ja, das ist die Höhle. Ich habe mich, dass ich hier reingelangt bin und den Bogen mit Falkenauge aufsatzt hatte. Und da habe ich ihn geklickt und es war halt super dunkel. Und dann siehst du einfach nur die Spinne irgendwie direkt vor die Falkenauge gegangen ist. Kein schöner Abend, Dick. Aber ich habe einen Morgenstern und zum Bogen. Ja. 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 Auf geht's. Ja, wir sind dem Zieg. Geld. Nice. Damit geh ich noch um aufs Schneeberg ein. Damit geh ich in Faust dann bitte immer. Und dann wird es Zeit für Sky Temple. Na na na. Warum tust du sowas? Ich weiß, so viel Geschwindigkeit, aber ja. Gut. In Snoopy Cave gab es einen Lanternchist? What? Warum ist jetzt... Upsa. Okay, in der Nacht ist die Musik hier dezent nerviger. Wenn man einfach nur entspannt durch möchte. Auto-Check ist ja geil. Gib mir doch einfach den verdammten letzten Schlüssel für Gronen, wie der schließens weiter und das nicht abschließen kann. Und Schattenkristalle sind ja nicht wirklich nötig. Was ist denn mit der Shadow Crystal Check? Also was bringen die? Also die können nur Kondition sein, aber... Was ist wenn sie keine Kondition sind? Nice. Yay. Ja, ich glaube es will, dass ich in den Himmel gehöre. Also jetzt fahre ich Zeit weg. So. Was ist jetzt hier die Sache? Center-North-Chest kann ich mir jetzt holen. Zitmonkey-Handler-Bridge und East-Tai-Worm-Chest. East-Tai-Worm-Chest kann ich mir auch holen. Dafür brauch ich gar nicht einfach den Schlüssel. Also eigentlich fehlt nur der Affe. Ich glaube, ich versuche das nicht zu ändern. Ich versuche das nicht zu Ende. Danke, Terry, dass du hier bist. Du bist sehr hilfreich, gerade für so einen Noob wie mich hier. Try Princess Randomizer Noob. Zu ihren Diensten. Ja, die Maps sieht entsprechend aus. Nicht wahr, ich kann das ja mal hier kurz einblenden, weil ihr seht das ja quasi nicht. Tada! Das ist der Forest Temple da unten. Das sieht die jetzt hier gar nicht. Ja, aber das ist auch unser The Forest Temple. Und das Orangene ist dann halt der Tempel im Himmel. Entweder finde ich da gleich Schlüssel und sowas, da ich halt den Tempel direkt fähig machen kann, um dann noch mehr Checks zu kommen. Oder ich finde dann für irgendwas anderes. Halt den letzten Schlüssel für Brun oder sonst was. Lake Pet fehlt gar nichts, glaube ich. Oh, oh, das ist Buggy jetzt. Uuuuupsala, das saugt. Oh, okay, tut mir leid. Machen wir das ganz natürlich hier. Nicht übertrieben oder so. Soooo. Soooo. Bitch. Die in der Mitte brauche ich nicht. Das war halt nur die große Hängerbrücke, die ist durch. Oh, ein besseres Schwert, danke. Ey. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt den Rekter setzt. Oh. Und früher hätte ich mir das nicht mal holen können, ey. Alter Schwede. Soll ich ja zwei Schlüsse. Die Frage ist, wo links? Da und da. Und dann gibt es halt noch theoretischen Affen. Aber die Frage ist, welchen der Affen? Da oben müsste es dann sein. Gut. Keine Ahnung, warum jetzt hier ein anderer Teil der Musik läuft, aber ich finde es geil. Okay. So. Boppa, boppa, boppa. Fun. Ja. So eklig. So. Jetzt Postmusik. Okay. Oh oh. Okay. Jetzt weiß ich warum, aber es ist geil. So. Ich sehe den mal gar nicht von Relevanz. Oh, da fällt mir gerade ein, ich sollte äh speichern. Nicht, dass ich jetzt nochmal eine Stunde nachspielen darf. Wie viele Schlüssel hat der? Ja. Hab ich denn mit dem Vor allem oder so? Ja, Tatsache. Ha! Ihr habt... Ich brauch euch nicht. Warum? Warum? Ich habe nicht nach vorne gedrückt, sondern nur das Seilchen soll einfach nach hinten drücken. Einfach um sicher zu sein. Ja, das sind die Hats. Easy. Ist jetzt der andere rote Punkt immer noch markiert, also muss ich die alle neu retten. Ja, Tatsache glaube ich. Da brauche ich die alle. Ich wüsste nicht wofür, ich feier schon mal einen Boss. Ach, wie immer da steht. Oh. Das ist sehr seltsam, dass er seitens braucht alle Schlüssel. Mit zwei komme ich auch durch. Stopp. Das ist oben drauf. Okay. Das ist oben drauf. Das kann auch nicht erst so gut auf den Weg gehen. nice ja aber großartig so ja dann retten wir dich mal jetzt auch keinen möglichen nutzen aber naja ich stehe nicht nur das spiel sagt Nein. Ah! Schön. Ah, die Atten sind vollkommen. Die ganzen Schüsse! Schüsse jetzt nicht. Hm. Wem war nochmal der Checker? Binatris glaube ich war der Name. Bineras. Bineras. Barb automot Ama. Wack. Lance. Eva grup. phi button, Aber gut, das können die mir dann erklären, ich weiß es nämlich nicht. Ich könnte mir einen Raum anschauen, aber ja, es gibt keine weitere, keine weiteren mehr. Da unten, aber es hat alles zu viel Affe und so. Warte, was habe ich gerade bekommen? Ah ja, äh, Pirates of Twilight. Starfleet habe ich jetzt 5. Immer noch nicht alle, holy shit. Dann gehen wir schon mal nach oben. So, schon müssen wir jetzt, wenn den Skytab erwartet, das Lied nicht ausgewechselt worden ist. Das wäre furchtbar. Seltsam. Zwei reichen doch, wozu brauche ich... Vier oder... wie viele sind das? Vier oder fünf? Oh, ich kann checken, ob ich äh, entsprechend viele Schüsse hatte. Nehme ich an. Auslesen, der Zweck. Neh. Ich zeige nicht an, wie viele ich äh, hatte. Das ist natürlich blöd. Ach, ich habe eigentlich alle getrackt. Von daher... Ich glaube nicht, dass ich falsch getrackt habe. Das kann natürlich sein. Ach, tauschen kann ich mir jetzt eigentlich nicht... Wenn man Menschen mal welche findet, dann werde ich es ja sehen. Ich habe mich schwer, was regulären Schaden macht. Oh, statt die Pressen. Ja. Ich muss das Einzige, was man kann. Und erneuelt nur wieder einen Ort. Und... Alles klar. Da haben wir einiges an Schecks vor uns. Holy shit. Ich meine, das sind's auch gleich die beiden. Das da hinten führt wieder zurück, das weiß ich. Und das andere ist dann der Schopf. Und das andere ist dann der Schopf. Gut. Also ganz weit drinnen aber. Und das ist dann der Schopf. Und das ist dann der Schopf. Ja. Da fehlt was. Oder auch nicht. Red Potion, Red Potion. Bomben sollte alles genug haben. Ja. Ich weiß gar nicht, wo der Track ist. 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 Wahrscheinlich, dass irgendwas von den Gerodes oder so. Kampf gegen Bublen. Ja. Stimmt, die sind doch aber immer so große, starke Windstunden. Oder nicht. ich sehe keine ohne die mich wieder runter schießt ist einfach so eine platte wo ich runterspringen könnte weil so und hier machen wir dann jetzt zeit für city in the sky freu ich mich nicht so drauf aber wieder kein weg dann vorbei und wir sind noch immer nicht am ansatz fertig immer noch erst zwei dann abgeschossen ist das aber gut das soll mir dann erst mehr reichen stangen fürs nebenher glutschen heute kommen jetzt kein streams mehr ich werde mich halt fresh machen und dann ist auch schon ende wir sehen uns hier mitte morgen wieder nach der aber wenn du auch nicht wird wieder eine heftigere schicht spätestens nach freitag ist ja wieder also generell weihnachten muss man schauen aber auch das ist ein längeres wochenende effektiv also mal gucken bis dahin und